Hallo, willkommen zum heutigen Video. Im heutigen Video stelle ich euch drei verschiedene Cookies vor, die ich beim Lidl an der Kasse gefunden habe. Und zwar sind das die Beta-Kekse. Und zwar sind diese guilt-free, das heißt sie sind vegan, ohne Palmöl und auch ohne Gluten. Krass, oder? Für einen einzelnen Keks habe ich 99 Cent bezahlt und ich habe drei verschiedene Sorten. Und zwar habe ich einmal hier den mit Double Choc Walnüssen und Cashew & Hafer Cookie. Und einmal den Protein Schokolade mit Mandel & Hafer. Und einmal den mit Vanille, Choc Chip & Cashew Hafer Cookie. Ist ein extrem langer Name, aber auch nicht schlecht. Die Firma schreibt auch wie folgt auf ihre Packung. Beta-Kookies sind der ideale Snack für alle Naschkatzen, die den Geschmack von traditionell hausgemachten Cookies lieben und Wert auf Inhaltsstoffe in bester Bio-Qualität legen. Die leckeren Cookies sind vegan und halten weder Rohrzucker noch Weizenmehl. Mit viel Liebe und Sorgfalt gebacken... Ja, ich habe glaube ich einen Text übersprungen. Für Kuchen Genuss ohne Reue. Ich lese jetzt einmal die Zutaten vor von den Keksen. Oder erstmal mit einem. Die anderen habe ich hier eingeblendet. Und zwar habe ich hier jetzt den Vanille Choco Chip mit Cashew Hafer. Wir haben hier glutenfreie Haferflocken, Cashewkerne, Kokossirup, Kokosraspeln, dunkle Schokotropfen. Die sind gemacht aus Kakaomasse, Kokosblüten-Sirup, Kakaobutter, Sonnenblumen-Lizithin, Kokosöl, Kokoschips, Bonbon-Vanille und Salz. Für Allergiker noch zu sagen, dass hier immer noch Nussschalen drin sein können, Fruchtkerne, Sesamsamen, Erdnüsse und andere Nüsse. Ja, das ist schon einiges. Dann packe ich hier mal aus und zeige die vom Nahen und danach probiere ich sie. Zuerst habe ich hier einmal den Double Choc mit Walnuss und Cashew. Das sieht jetzt so aus, als wäre da auch Schokolade drin. Und auch die Nüsse sieht man da klein gehackt. Und einmal den Vanille mit Choc Chip. Und Cashew und Hafer. Also auch lauter Zeug klein gehackt. Und einmal den Proteinschokolade-Mandelhafer-Cookie. Da sieht man zumindest wenigstens die Schokolade und auch die Mandeln. Also die sehe ich dort eindeutig. Das waren dann alle drei Kekse mal von Nahen. Und auf den ersten Blick, also unterscheiden sie sich nicht großartig, vielleicht eine leichte Kolorationsänderung. Aber sonst, ja, mal sehen wie es schmeckt. Ich fange dann einfach mal bei dem Double Choc mit Walnuss an. Ja, von der Konsistenz her lässt er sich schon schwer brechen, finde ich. Der Geruch ist für mich ein bisschen schwer zu deuten. Ja, auf jeden Fall ein nussiger Geruch, aber nicht dieser gängige Haselnussgeruch, sondern eher in die Cashew-Richtung, würde ich wirklich sagen. Weil Walnuss rieche ich jetzt so nicht raus. Achso, das war das. Auch so ein bisschen Kokos. Von diesem Blütenzucker, der da drin ist. Aber sonst sehr trocken, finde ich. Geschmacklich gut, nur wenn man mir jetzt sagen würde, das wäre ein Walnuss-Cookie, da schmecke ich überhaupt nicht raus. Aber ist eigentlich ganz gut. Der Vanille-Choc-Chip. Auch mit der gleichen Basis mit Cashew und Hafer. Der lässt sich ein bisschen leichter brechen, hat auch mehr Feuchtigkeit. Mal sehen. Das schmeckt eher nach, ja, viel nach Kokosflocken und überhaupt nicht so nach Vanille. Keine Ahnung, wie die darauf kommen, ich weiß nicht, warum das darauf steht. Hm. Hm. Aber der ist sehr lecker auf jeden Fall. Der letzte eben im Bunde ist der mit Protein und Schokolade. Der hat, glaube ich, auf... Also in einer Cookie-Serving-Size hat er 6 Gramm Protein. Ist jetzt nicht so viel, würde ich behaupten. Riecht jetzt erstmal nicht nach Schokolade. Auch nach diesem Kokos. Also irgendwie sehr dominant. Also der schmeckt sehr, sehr, sehr mild nach Schokolade. Wenn auch erst am Ende. Wenn auch erst am Ende. Ich würde behaupten, dass ich erst den Kokosgeschmack kauf wieder am Anfang ab. Er hat ungefähr die leichte Feuchtigkeit wie der erste Keks. Den mit Vanille und Chokchip. Den finde ich bis jetzt am leckersten davon. Der kommt von mir 8. Das ist der Vanille Chokchip mit Cashew und Hafer. Ich mag, dass der nicht so... Der ist ein bisschen feuchter als die beiden anderen Kekse. Und vom Geschmack schmeckt der nicht komplett nach diesem Kokos. Als zweites kommt hier der Double Chokchip mit Walnüssen. Der nicht nach Walnuss schmeckt. Das sind 6 Punkte. Und für diesen Keks hier, der mit Protein und Schokolade sein soll. Protein, okay, kann sein. Nein, Schokolade ist überhaupt nicht dominant. Der kriegt 5 Punkte. Das gefällt mir nicht. Ganz klar, auf jeden Fall werde ich den hier zu Ende essen. Und die anderen, die kommen weg. Oder ich verfütter die Ahnungslose. Ja, das war dann mein heutiges Testvideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, schreibt mir was in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns. Bis bald. Haben Schmackofatz. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der heutigen Folge zeige ich euch drei verschiedene Kekse. Drei verschiedene Kekse. Kokosöl, Kokoschips, Bourbon, ja, Vanille. Bourbon. Und Hafer, Cashew, Chocchip. Oder wie heißt das Ding, Alter? Chocchip mit Vanille. Und, ja, auf... Und, ja, auf jeden Fall. Vielen Dank.